Hallo und herzlich willkommen beim neuen Part von Let's Play 4 so mittlerweile ist es Nacht also bei mir hier in realtime also das habe ich gerade durch den ganzen körper gespürt mein gott hört auf mit dem scheiß also wie schon gesagt es ist nacht und meine eltern schlafen bzw möchten schlafen ich weiß nicht jetzt dann auch schlafen oder nicht auf jeden Fall ist es finster und dunkel und ich glaube ich werde ja auf jeden fall werde ich ein wenig mehr auf das spiel eingehen jetzt glaube ich zumindest ich will da nicht runter ich will da auch nicht rein hört auf mit dem scheiß ich war total psychisch als ich gehe da einfach mal ach da gibt es was zu holen ach dann gehe ich runter oh ja eine leiche ne wie komme ich dann da hin komme ich da weiter da komme ich doch auch nicht rein taschenlampe mal aufladen lassen ach egal ich schaffe es heute nervlich nicht ich muss auch mal das headset leise machen sonst bekomme ich dann noch einen höher schaden schaden so oh man was tut das so ach nee das ist doch nicht eure ernst wo soll ich dann jetzt lang kommunizieren okay ich gehe der andere richtung tschüß wo soll ich dann jetzt dahin gehen wenn ich die nicht sehen will Sie haben eine neue Nachricht. Erstens von Ian Hibes. Hi, Bill, es ist Ian Hibes. Ich habe gerade deine E-Mail. Ich wünsche dir, dass ich dir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit an das ist, aber es ist nur wichtig, zu wissen. Ich weiß nicht, was das alles ist. Für jetzt, wir müssen uns auf die bestimmte Kontaminate in der Taft Summary. Vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr dazu geben, als wir die Surveys haben. End of Messages. Okay. Oh. Shit. Please, help us keep this room clean. Ja, da hatte wohl wieder jemand Durchfall. Ich habe eine Idee. Stellen wir uns genau darunter. Ja. Jetzt sind wir auch total voll Blut. Egal, wo ich hingehe, überall sind Geister. Was soll ich machen? Ich scheiße mir ja komplett die Hosen vom Leib. Wer doch kommt jetzt nochmal. Lass mich bloß in Ruhe. Ach scheiße, und Taschenlampe ist auch fast fertig. Dann warte ich eben. Okay, jetzt ist sie wieder voll. Dann gehen wir wieder raus. Hä, was gab's denn da jetzt gerade? Gab's denn nicht hier irgendwas zu machen? Nee. Warum? Also, ich mein, warum spiele ich das? Genau jetzt, wenn ich schon weiß, ich habe... ...hatte einen harten Tag hinter mir auch. Bin total müde. ...habe gerade einen Film geschaut, hat mich emotional mitgenommen und... ...genau dann muss ich noch so ein Spiel spielen. Gerade jetzt, wo es ein wenig gruselig wird. Oh my fucking God. Wie geht die Tür jetzt nicht mehr auf? Naja, gut, dann... Oh fuck. ...habe ich gerade einmal geschossen? Ich glaube ja eigentlich nicht, dass ich die erschießen kann. Ich will einfach nur weg. Oh. Juhu. Raus aus dem Albtraum. Fuck. Ich warte nur, bis auf einmal etwas hinter mir ist. Und dann beende ich das Let's Play für heute. Dann gibt's eben nur ein... ...naja. Zehn Minuten Part. Ja, jetzt sind's ja acht Minuten. Ähm. Ach. Ach, scheiße. Das muss ja wohl sein. Fuck. Ich will nicht zurücksehen. Hä? Da hab ich ja... Fuck. Oh fuck. Fuck, nein. Ach ja, klar. Dann sind wir auf einmal gegen die Höhe. So. Auf einmal. Also, ja. Natürlich habe ich es wieder nicht geschafft, Zeit zu drücken, um ein Medi-Kit zu nehmen. Hä, ich habe den gerade drei Headshots gegeben und der stirbt nicht. So, jetzt dürfte das mal erledigt sein. Jetzt. Komm schon. So. Dann gleich mal alles einsammeln. Schnell durch. Das müsste wohl sein. Einfach nur so, dass ich mich nicht in Sicherheit wählen kann. Ja. Mach das die Waffe? Ach, das ist ja geil. Oh fuck. So, und ich bin tot. Fuck. Ach ja, Slowmotion gibt's auch noch. Aber das war jetzt echt genug für heute. Ich schaff's nicht mehr. Bis morgen, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.